Ab dem 15. Dezember 2014 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die vollständig renovierte Erdgeschosswohnung liegt in Düsseldorf-Düsseltal. Die Wohnung wurde 1956 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Keller. Die Ausstattung befindet sich in einem ordentlichen Zustand. Bei einer Wohnfläche von ca. 78 m² beläuft sich die Gesamtmiete dieser Erdgeschosswohnung auf 889 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.